4 Gold Nuggets Bisschen Atmosphäre Okay Achja, wieder Musik von C4 18 Das Lied heisst übrigens Turp Ey! Das war so laut. Ist hier noch was cooles? Warst du oben schon? Nee. Kiste. Kettenrüstung, hast du eine an? Ja. Mom, some creepy person is in our house. Come on, Block? Ja. Ich habe gerade ein paar Serverlags. Du auch? Ja, ich auch. Sehr komisch. Wie komme ich hier denn da runter? Wow, what the fuck. Okay, das sind ein bisschen harte Serverlags, finde ich. There is a bomb in the library. Okay, es geht wieder. Das sind zwei, fünf. Warte, ist es sechs? Legs nicht. Ich habe keine Legs mehr. Alles cool. Zwei Goldnuggets. Dann sag ich mal wieder Flugzeug fliegen. Ja. Ich habe hier noch so einen coolen Raum gefunden, wo nochmal zwei Goldnuggets drin sind und viel Essen. Was ist denn hier los, ey? Bist du schon in Richtung Flugzeug wieder gegangen? Ja. Okay, ich komme. Wenn ich hier wieder runter finde. Ja, wenn. Ja, da, 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 da. Wunder mich aber, wie wir überhaupt Flugzeug fliegen können. Wir kommen direkt aus der Psychiatrie. Ja, wir sind in den Flughafen gelaufen von der Psychiatrie aus und dann in das Flugzeug. So, ja. Ab zum Flughafen und dann geht er los. Ja. So, ich bin on the way. Ich sehe dich noch nicht. Ah, da, da. Da ist der Metall steht. Hast du geil gesaved nochmal? Ja. Alles klar, nächste Station. Ja. Bist du jetzt einfach ausgesperrt? Oh. So. Wir werden nicht zurück hierher kommen, oder? Ich denke nicht. Okay, dann, ja. So, ich bin der Pilot und ich fliege uns jetzt nach Alene. Willkommen in Alene. Ja. Ja, geklappt. Hier ist ne Kiste. Und da ist auch ne Kiste, die ist auch leer. Sind denn was? Na, das ist ja immer noch dasselbe Flugzeug. Stimmt. Exit. Wir sind alleine. Hm. Ja. Hier ist es auch bisschen alleine. Komm, wir gehen in diese Lagerhalle rein. Das sieht das einzige aus und dann blinkt's auch draus. Rot-Schwarz. Was? Der West Warehousing. Ach man, immer kriegst du die Bücher. West Warehousing, that can only mean one thing. Major West is still to blame for all of this. Ich muss dich Schrauben stärken und einen Ende auf den Schenstmitten offert und k Однако natin investière. Oh, was ist gegründet? In Tochter Ku $$$ organisation, aucholvee Warehousing- Prozent Prozent er hinein glaube ich früher konnte man das ja ich weiß probier aus er geht ob er gar nicht er ist eine Hexe aber schon dessen der Walter an der Farbstoffe die brauche ich wofür als er wolle finden können die färben sie dann immer lustig aus jetzt für und was er geht was er so oft ist ob es sind da bestellt irgendwelche Sachen wo es oft der ersten steig das hört sich ja erst mal gut an mein Vater er willst du zuerst ja ok let's go wieder dieses dämliche Geräusch oh ja sind immer noch ziemlich buggy richtig nervig ja so als ob man legen würde oh ja die müssen auf jeden Fall fixen die Sounds einen Tag später Aua ey mein Mic hat den ey ey egal tschüss ich komme Aua wisst ihr was cooles geht es hier runter ja hier was war mit der anderen Tür hätten wir da nicht weiter gemusst mhm safe game naja das sieht aber auch jetzt ja weh was ist ich habe auf irgendeine Druckplatte you are not authorized to be here leave immediate give up das denn jetzt wir geben nicht ab oder woa oh feine creeper die führte ich mit den Pfeil vorsicht der creeper kommt fahrer 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 au diese Pfeile tun ziemlich weh das kann ich mir vorstellen ok dann lass es hier hoch sag ich mal du gehst links ich gehst ja ok haben wir das game gesaved? warte ich salve das game vorhin wir sind ja nicht salven egal ja ich habe bisschen schiss ja einfach abwarten bis es schon geschossen hat und dann los nein bist du tot? kann doch nicht sein bist du tot? ja das war aber irgendwie mein Fehler ok ich bin sicher hier zumindest vor den Pfeilen was hast du getan? ich? nichts hast du auf jeden knopf gedrückt? nein das hört sich anders zu achso das ist das hört sich anders zu ach die clock ja so ich bin in seinem Ohr ok ich will auch ins Ohr au was ist denn? ein Pfeil abgekriegt left brain deactivated oh hier ist ein Hebel au wow oh lo alter Vater au hast du right brain auch schon deactivated? ja sehr gut sehr gut dann kannst du passen ok dann können wir ja wieder gehen hier hat sich was geöffnet ok eine Treppe ok jetzt leckt es gerade exit ja was hat uns das jetzt gebracht? diesen Truf mit Tränken Potion of Night Vision The Regeneration ich möchte auch nochmal ich habe keinen Platz mehr obwohl ich kann die Bücher wegschmeißen exit ach wir sind hier wieder im Warehouse im Warehouse am Warehouse hu 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 jo wir müssen wieder rein wir haben es noch nicht geschafft oder? ne sonst hätten wir jetzt wieder 10 Level gekriegt ok jetzt müssen wir da hinten rein oh hier ist ein Zauberkopf ne warte keine Level verschwinden ich brauch was wo bist du? alter hier ist ein ich höre ein Hühnchen oh wie süß hier ist TNT alter Siegecannon beta 3.2 experimental do not ne was nein da steht do not das Hühnchen ja toll lebst du noch? du hast das Hühnchen getötet